Eine Werkstatt ist recht laut, aber es ist auch irgendwie doch noch beruhigend, weil man seinen eigenen Platz hat und dort hat man sein Werkzeug und man kann die einzelnen Arbeiten ausführen. Es ist auch nicht so ein langweiliger Arbeitsplatz. Das Büro ist für mich langweilig. Dort haben wir einfach so Wände rum und man hat seinen PC und alles. Da ist es so, du hast dort im ECK-Schwerkzeug, da ist wieder jemand am Arbeiten, dort steht wieder ein Auto. So bin ich eigentlich meinen Arbeitsplatz beschreiben. Was mir an meiner Lehre am besten gefällt, sind grössere Arbeiten, wenn ich gerade am machen bin, mit dem Motor zu erlegen, wie der Employee Lagerschaden hatte. Da muss ich jetzt ganz viele Sachen vom Motor selber wegnehmen, den Motorausbau usw. Und das finde ich einfach mega spannend, dass ich sehe, wie das alles zusammenspielt. Warum man sich genau bei uns bewerben soll? Weil wir einfach einen abwechslungsreichen Tätigkeitsbereich haben. Also es geht von Motor zu erlegen bis Service bis Pneuwechsel. Es ist alles dabei. Man hat immer etwas zu tun. Es ist nicht irgendwie, dass man sich Arbeit suchen muss. Ja, muss ich jetzt da noch etwas putzen? Muss ich jetzt da wieder Wechseln sortieren oder so? Sondern man hat eigentlich wirklich bis am Abend etwas zu tun. Man kann bis am Abend seiner Tätigkeit nachgehen und das ist eigentlich cool. Darum kann ich es jedem empfehlen, sich da zu bewerben, die gerne den Tag durch arbeiten und nicht gerne umsteht und putzt und was auch immer. Ding! Punkt! Untertitelung des ZDF, 2020